Screenshot Machschon Wenn wir flott hier wieder los, da kommt der Kollege entgegen Dachschon Oh, 405 Ähm, stimmt ja Ich dachte gerade so, hä, war das nicht gerade Kirche, aber ne Es war Jochen Maskaf jetzt heißt Fragt mich nicht, fragt Josch Ist das jetzt Werbung für EA, ja, nein Aber es klang so, nein Habe ich schon erwähnt, dass die Karte 20 2013 ist Ich mein, dafür, dass diese Karte halt Ja, jetzt mittlerweile fünf Jahre auf dem Buckel hat Ist das eigentlich Noch Farbe und sieht auch schön aus Also ja, jetzt nicht wunderschön, aber es sieht schon relativ schön aus Muss man sagen Ja Ich mein, klar, es gibt Schönere Karten Die aber Performance fressender sind als Freifurt V4 zum Beispiel Also sieht dann wunderschön aus, aber performt es jedenfalls bei mir Dann Ja, könnt ihr euch vorstellen, dementsprechend sehr im Keller Ja Ist dann wirklich unfahrbar Ja, aber Ähm, mir würde auch mal sein, das Einzige, was ich beim Solarschild ist, einfach diese kleinen Spiegel Weißt du, der geht ja noch, weil er halt relativ nah am Fahrer ist, aber Weil der Außen, der ist so klein beim Rangieren Ich sehe da wirklich gar nichts Gleich Ja, also Natürlich sieht man da drin was Schon, aber Ich persönlich finde, er ist Relativ schlecht Eingestellt Und Er ist klein Und hier müssen wir es logischerweise Hier halten, denn Kreuzungen muss man frei halten Weil wenn jetzt hier ein Bus steht Ihr seht, ich würde die Kreuzung blockieren Und falls Keine Ahnung, Feuerwehr Im Einsatz ist Was ja so Häufig ist Dann Würde ich nämlich blockieren Hallo Ja, ich würde jetzt den Bus absecken Habe ich keinen Bus drauf Kriegste Zeit Hehehe Geradeaus Jetzt erst mal Erst mal nur einen Augenblick denken Ich weiß gar nicht, ob wir mich noch verstehen können. Ihr fühlt, wäre ich gerade viel zu leise. Hallo. Ah, der Bus wird langsam kühl. Einmal normal, bitte. Ich wäre auch gerne normal. Danke. Ich habe noch zusätzlich meine Klimaanlage ein. Türfreie Gare vielleicht auch rausnehmen, wenn man anfangen will. Das Gas nicht so arg durchtreten. Naja, gut. So ist das Leben. Oms ist halt ein bisschen warm. Er freut auch den einen oder anderen. Oh, ich sehe nichts, Leute. Was sind das denn für scheiß Ansichten? Du kannst hier gar nicht fahren. Aus solchen Ansichten. Also aus der 2. F2 eigentlich. Jedenfalls schaffe ich das bei denen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber... Das ist halt so. Irgendwie riecht sie gerade halt so nach Grill. Bei mir. Ja klar, die Größe Saison hat begonnen, von daher... Das ist ja auch nicht schlimm. ... ... Mittelfinger-Kriegssage. Ja, ich weiß, ich bin auch ein bisschen leiser, aber mir fällt da einfach kein Thema ein und meistens bin ich beim Zocken relativ leise, deswegen Gewohnheit. Ich hoffe, da stand jemand hinter mir. Ja, Profi, würde ich sagen. Ich sehe leider die Fußgänger. Ampel nicht, das heißt, ich weiß nicht, weil ich mich bereit machen muss. Naja, passt schon. Warten. Habe ich schon mal gesagt, dass Ampeln sehr, sehr toll sind. Nein, aber jetzt, habe ich es gesagt. Halt, Parkzone, dann darf ich nicht reinfahren. Wenn hier gerade keiner steht, muss ich sowieso halt da anhalten. Deswegen ist es relativ egal, ob ich da jetzt reinfahre oder nicht, weil da steht auch kein Auto. Guten Tag. Guten Tag. Kommst du nahe? Ganz hinaus gucken. Weißt du, ich habe hier relativ... ...viele Fenster. Irgendwie haben wir ja klar, dass ich die... ...un Schalter bis. Altenburg-Schulstraße. Das ist wahrscheinlich die volle Zeitestelle, Mann, Mann, Mann. Also, jetzt ist da die Haltestelle. Ne, komm, das ist hinter der Kreuzung, geil. Ne, komm, das ist hinter der Kreuzung, geil. Halt, für die Spur. Ich hatte Grün. Du war nicht Kollege. Weißt du, oder? Hallo. 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 Da fahr doch, du Depp! Meine Güte, ich hab zwar links geblinkt, was heißt, dass du mich rauslassen musst, aber... Wen juckt's, ne? Das ist ja ein langsamer Bus. Das war der Kirschgelb, Kollege. Ich sag mal, wenn du irgendwie nur zwei Meter nach vorne rollen willst, wo du an der Ampel stehst, und dann irgendwie erst mal achtmal anfangen musst, ey. Weil diese scheiß... Haltestellenbremse so als direkt wieder reingeht, wenn du vom Gas gehst. Jetzt weiß ich, warum ich so oft Schaltwagen gefahren bin. Ne, nicht nur deswegen, sondern auch, weil ich mit Schaltwagen irgendwie besser fahr als mit Automatik. Ich fahr ja auch nicht so aggressiv. Wie mit nem Automatik, alter. Scrut los hier sprach, technisch. So, das Starkzimmer aus. Mir gefällt das nicht. Ich steck da so am Rand. 5 Meter vorgezogen. So. Röst mal noch ab. Dachlupen zu. Fahrplan weg. Ah, Linie. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Flamme auf der Uhr. 5.000. Kann ich sehen, wie viel ich gefahren bin? Ne, leider nicht. Okay. Ne, ist ja auch nicht so schlimm. Gut. Wieso will ich jetzt bei dem Buskel finden? Dieses Rattern. Das erinnert mich an ein Fahrzeug aus dem LS13. Das hat auch immer so gerattert. Das Temperatur... Ne, ich glaube, das hier ist der Tageskilometer. Ja, wir sind 18,2 Kilometer gefahren. Gut. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Schaltet beim nächsten Mal auf wieder rein, wenn es heißt, wenn es spielt. Om, let's play, om, sie, zwei, der Omnibus-Emulator. Schaut gerne auch bei meinen anderen Projekten vorbei. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschau.